Stefan Kofi Ambrosius ist ein Deutsch-Ghaner, der am 18.12.1998 in Hamburg geboren ist. Er ist 1,82 groß und ist Rechtsfuß, spielt in der Innenverteidigung, kann aber auch als defensiver Mittelfeldspieler auflaufen. Sein aktueller Markwert ist 200.000 Euro. Also, Bernd Hollerbach möchte Ambrosius mit nach Dortmund nehmen, weil Papadopoulos gesperrt ist wegen seiner gelb-roten Karte und möchte eine starke Alternative dafür haben. Seine Erfahrung im Seniorenbereich sind 16 Spiele und ein Tor für den HSV Zweite in der Regionalliga Nord. Die Gegner hießen unter Rahm und anderen VfB Lübeck, VfVB Borussia Heldesheim und Altona 93. Ich hoffe, das kurze Video über Stefan Kofi Ambrosius hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare, damit ich das weiß. Und ja, es hat mir wieder gefallen, euch das zu berichten und bis dann. Ciao!